So, ich bin am Fuße des Berges, wo wir hochkommen. So, ich bin am Fuße des Berges, wo wir hochkommen, wo wir hochkommen, wo wir hochkommen, wo wir hochkommen, wo wir hochkommen. So, ich bin am Fuße des Berges. So, ich bin am Fuße des Berges, wo wir hochkommen, wo wir hochkommen, wo wir hochkommen. So, ich bin am Fuße des Berges. 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 Sto auf dem Dach, was machen willst. Nee, nee, ich steh unten. Auch Body. Moment, 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 Moment. Ich muss erinnern, ob es Trisch wird jetzt hier. Tja, da ist mein Nightbot auch mal anbraten. So, ich zähl bei 3 runter. Also bei 9 starten wir. Und wer halt am längsten überlebt, der gewinnt halt. So, 3, 2, 1, go. Jawoll. Das ist so nicht schlecht. Das ist so geil. Das war geil. Jawoll. Das ist so geil. Bleib ich da noch schön hängen an der Ecke. Der war so gut. Ich glaub, man kommt auch runter ohne zu sterben. Aber trotzdem, der war gut, definitiv. Ich hab' das nicht. Ich hab' das nicht. Ich hab' das nicht. Ich hab' das nicht. So, und jetzt? Ich versuch' mal runterzurennen hier. Äh, Nebel, du bist wieder da? Ich muss meinen Nightbot mal anders einstellen. So, wir müssen das nun mal machen. Das versteh' ich jetzt nicht. Warum? Ah, weil der Versuch nicht gilt. Ne, ich stell' gerade die Regel so ein bisschen auf. Oh, Entschuldigung. Oh, Entschuldigung. Wunderkommen, dann wieder vorzufahren. Ja, ja. Das ist ein Typ. Fersloser gleich gleich in die nächste Klasse. Ich glaub's auch voll gegen. Du willst mich nicht mehr in die Hände zu viel? Haha, voll weggekickt, ey. Ja, komm runter. Ja, weiter, weiter. So, ich muss mal wieder Musik haben. Weil, ihr kennt das ja alle mittlerweile, ne? Musik bei mir ist ja eigentlich immer so dabei. Wie gesagt, das, wenn wir's normal machen, musst du kurz warten, weil ich will runter und nochmal hoch. Ähm, was zum Katzen noch mal. Das bestimmt noch mal. Ja, ich bin noch oben. Mit deinem, mit deinem. No Battle Lover. Ne, ich bin grad zu Fuß. Ja, dein persönliches Fahrzeug ist bereits in der Nähe. Jawohl, in der Nähe, ey. So bescheuert, ey. Oh, mein Rechner gedreht hier grad ein bisschen durch. Leute, ich kann gleich erstmal eure Kommentare lesen. Bei mir hängt das alles ein bisschen. Na komm schon. Gib mir jetzt mein Mopel Till. Ähm, man sagt nicht Entschuldigung, es heißt Schulz, ja. Oder so. So, ich bin jetzt unten. Hat mein little Battle Lover. Jetzt komm ich wieder hoch. Geil, ich muss sogar auf ne Straße gehen, ey. Damit ich mein scheiß Mopel bekomme. Das ist es wohl. Wisst ihr was? Ich hab mal ganz kurz hier mal die Märchen. Gibt ja keine andere Möglichkeiten, den zu bekommen. Ne, dann muss ich halt wieder hochheizen. Aber das ist ja auch wurscht. Man weiß es, man weiß es ja, wie es funzt. Der Schmidt nehmt mal. Hast du schnell runter? Geil, ich hab nicht mal falsch gemeint. Nicht einmal sowas besitze ich. Ich bin ja auch ne arme Sau. Das will ich nochmal. Ja, komm. Mach mir das doch ganz einfach, bis wir den ganzen Berg unten sind. Egal. Scheißen egal, sag ich nur dazu. Scheißen egal. Was? Ich muss jetzt gleich wieder hoch fahren, aber egal. Das dauert nicht mehr. Das dauert nicht mehr. Ja, das dauert länger. Ja, nach unten dauert länger. Hm. Ich bin mal kurz aufgehauen und nach der Toilette. Ja, du hast ja noch Zeit. Ja, Barney, du sagst, es ist ja nicht weit nach unten. Hartz-NWG-16, da schickt mir eine Einladung für GTA. Auch einer meiner PS3-Kumpanen. Wahrscheinlich auch schon Ewigkeiten. Jetzt klatsch ich gleich voll auf die Bahnschiene auf, oder? Klatsch! Mal gucken, wo das Moped hier bleibt. Mal gucken, wo das Moped hier bleiben. Ich bin auch verwahrt wieder auf dem Weg nach oben. Ich versuche es aber nicht gehen zu klatschen. Das ist doof, dass ich den Winken dran nicht vernünftig getroffen habe. Vielleicht klatsche ich ja extra nicht. Ist ja nicht mal lang, dann bin ich ja auch oben. So Leute, ich hoffe mal, dass die Musik auch so ein bisschen passt. Wenn ihr Musikwunsch habt, schreibt es ruhig in den Chat. Oder gebt einfach einen Ausbruch bezeichneten Song Request. Und fügt dann nochmal den Youtube Link ein. Und dann läuft es bei mir. Also quasi die Musik. Oder sagt mir einfach selber Bescheid, was ihr hören möchtet. Dann werde ich das für euch spielen. Alle meine Entchen fällt aus, sonst strich ich mir das Gesicht ein. Das steht mir auch sofort beim Einkaufen. Das ist das für euch. Das ist das für euch. Das ist der Polnische Autoschlüssel. Was ist denn ein Hammer? Ne, das ist eine Brechstange übrigens. Polnischer Autoschlüssel ist eine Brechstange. Hammer wieder an. Jaaa. Ich bin schon auf einer Musee. Ich hab dir auch. Okay. Jetzt. Ja, was soll ich sagen? Ja. Ich bin echt gut aufstehen. Machen wir mal den Song der letzte Sommer. Ja. Ja, Bani würde ich auch ganz gerne. Aber ich hab auch nichts mehr zu kaufen.